Im Tor mit der Nummer 12 Philipp Seifert, Nummer 6 Willi Kohlmann, mit der Nummer 8 Tobias Schön, mit der Nummer 9 Luis Ressel, mit der Nummer 10 Alexander Bednarer, mit der Nummer 14 Marc Pascal Aulhorn, mit der Nummer 18 Louis Erich Scholze, mit der Nummer 19 Maximilian Ganze, mit der Nummer 20 Kieron Gölert, mit der Nummer 21 Maximilian Lipsky, mit der Nummer 22 Florian Heidling. Auf der Bank und bereit für ihren Einsatz sitzen die Nummer 4 Toni Schütze, die Nummer 5 Lukas Uhlmann, die Nummer 7 Emilio Heinke, die Nummer 11 Gianni Carlo Casparetto, mit der Nummer 13 Michael Hagert, mit der Nummer 16 Jonas Uhlmann und mit der Nummer 17 Luis Wendt. Wir wünschen allen ein spannendes und faires Spiel. Spannend abgeworfen. Spannend abgeworfen. Spannend abgeworfen. Spannend abgeworfen. Schieß doch! Du möchtest dir so ein paar Worte in der ersten Wünschen. Guck mal hier, der kommt ja jetzt auch nicht mehr raus. Oh, mein Gott. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wie schmückt! Sehr schnell! Ich hätte gedacht, es war... Oh! Keine Ahnung! Na ja... Vielen Dank! 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 Frag, Marc! Da ist es! Das erste Jahr! Du sagst es dir... Du sagst es dir... Wie? Wurde es wundern? Wurde es wundern! Was ist geblieben von deinem... Ich hab dein Wohren gesagt! Hast du gehört? Geil, oder? Sagtest du das? Du hast... Weil es dazu geblüht... Wurde es... Du sing... Du hast ihn selbst...